Ab Freitag beginnt wieder die Wohnmobil-Saison. Wir haben heute das erste Wohnmobil vor Ort. Das ist ein Fiat Ducato mit 130 PS und gemessener 320 Nm. Auf Kundenwunsch wird das Fahrzeug auf 400 Nm begrenzt, entspricht einer Leistung von 160 PS. Ganz kurz für die, die das interessiert. Wir haben hier einen Head-Up Dipsplay, der gibt es bei Amazon. Kostet 30 Euro. Finde ich mega geil. Schön übersichtlich. Hier sehen wir das. Hier ist die Null-Anzeige. Der Wagen rollt jetzt nicht. Und für 30 Euro hast du hier ein super cooles Head-Up. So, ich gehe mal schnell zur Leistungsmessung. Leistungsmessung, altes Drehmoment, neues Drehmoment, alte Motorleistung, neue Motorleistung. Man sieht eigentlich, dass das Fahrzeug ab 2000 schon kraftvolle Leistung hat wie Drehmoment. Und das ist das Fahrzeug ordentlich umgeschleunigt. Hier noch mal ernst kurz das wunderschöne Wohnmobil.